Das ist das, was die Menschen brauchen und wollen und was sie auch verstehen, oder? Der nächste Song heißt »Ajo«. Wollt ihr euch jetzt küsse, oder was? Nicht über Krippischwerke, oder? Es ist wunderwunderschön, ich muss euch nur sagen, ich habe das Lied irgendwann noch geschrieben. Ja, auch Heroin war ich jetzt nicht, aber song das Nüchtern war ich auch nicht. Ich habe einfach gedacht, scheiß drauf, ich nenne das Lied »Ajo« und ich sing ein bisschen, mach ein bisschen Spaß, ich verstehe ich. Jahre später ist der Song in dem Podcast so vom Jan Böbermann und Olli Schulz und so weiter und so fort. Und mittlerweile darfst du den Song so oft spielen. Es ist doch schon brutal, es ist wunderschön, aber... Vielen Dank, danke Leute wie euch, die das irgendwie... Versteht ihr? Das finde ich, das finde ich. Ich fühle es auch, ich fühle euch. Vielen herzlichen Dank, der nächste Song ist bei uns alle. Komm! ... ... Was du denn hier bei der Beine? Was du die Haus und Kauern gemacht? Was du dein Zirn auf der Lacht? Are you alone? Are you alone? Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020